Ich hasse ja Bienen. Bienen sind absolut gefährlich. Ich muss euch mal ganz kurz was erzählen. So ein Inker hat mal gesagt, komm mal her, weil ich gesagt habe, lass dich ruhig totstechen, ich will damit nichts zu tun haben. Das sagt er so zu mir, passiert nichts, es sind nur Bienen. Gehe ich hin, mit so einem Abstand, sagt er so, bleib mal da stehen, die Bienen tun dir nichts. Ich stehe da zwei Sekunden, da werde ich direkt von allen Seiten attackiert. Die haben mich bis nach Hause verfolgt, die wollten mich totstechen. Totstechen wollen sie mich. So und dann sagt er zu mir, die tun doch nichts. Naja, es sind 5000 Stiche, aber die tun nichts, also, die tun nichts, die machen nichts. Ich werde mit dem LKW überfahren, ich denke auch nicht. Deutsches Navi, ja, tja, leider war's, so ist das. Marello und die Biene. Ich bin eine Biene. Hab ich gelernt, sollte man nicht tun, seitdem leuchte ich abends. Seitdem leuchte ich abends und ich habe ein drittes Bein. Spaß. Das war, also, glaubt es selber nicht. Jetzt ist es eine Leuchtebiene. Oh, eine sehr große Leuchtebiene. Passiert uns jeden Tag. Das auch. Ja, meine lieben Kinder. Wie soll ich euch das jetzt erklären? Die Biene hat das Haus bestäubt. Mit ganz viel Wachs. Ach, nee, nee. Ich bin echt nicht für Aufklärung gut. Scheiße. Stellt euch mal vor, ihr sollt so Kindern das dann so erklären. So, ja. Wie? Wie? Wie erklärt man das? Also, ich würde, ich hab mir mal so überlegt, wenn ich so eine Tochter bis zur 18 ist, würde ich einfach sagen, ja, die Kinder kommen von Storsch. Die kommen von Frau Storsch, ne? Ich heiße Marvin. Spannender Uwe. Bin 21 Jahre alt und heiße Detlef. Der Marvin ist auch dabei. Ganz normal ist wichtig. Oh, scheiße. Das gucke ich mir nicht an. Oh. Guck mal, das hab ich zum ersten Mal gesehen. Also, warte mal, muss ich wieder klein machen. Das Marvin hier... Ich kann das einfach nicht. Das sieht halt aus wie... Ne? Dings halt. Ne? Wie ein Herz. Das wollte ich sagen. Ah, bei mir geht's auch. Ich heiße Marvin. Das machen viele Fliegen. Sein Vorteil, wenn man kein Gehirn hat. Die Geräusche sind immer dazu. Also, ne. Ey, scheiße, Marvin's. Ach, du, da ist ja noch schlimmer als Bienen. Übrigens, so sah meine Geburt auch aus, ne. Meine Mutter war auf... Meine Mutti war auf Toilette und ich dachte halt so, ja, die muss mal. Und dann kam ich dann so raus. Sie wollte mich runter spülen. Äh, hat sie sich gedacht, ja gut, man kann ja irgendwie... Scheiße kann man ja hoch stapeln und... Ja, ich würde aus dem Kind was, ne. Was ist? Ja, nix. Ne. Scheiße. Scheiße war's. Ne. Keine Autosprichwort. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann. Doch, bestes Beispiel, ne. Wenn ihr wüsstet, die meine Meerschweinchen mich gerade angucken, ne. Da ist Pullen offen, ne. Kann doch nix dafür. Ich bin halt so. Akzeptier's doch, Knuffi. Ich bin so. Weil die Blacky, unsere Dame, die ist gerade abgehauen. Ich würde aber Blacky, ich würde der Ohr abhauen. Ja, ich hoffe es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Unterstützt immer die Originalcreator. Und ich hoffe, wir sind uns im nächsten Video. Würde mich mega freuen. Haut rein und tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin sorry. Vielen Dank.